Die Moldau Nur die Moldau scheint in Prag noch ruhig zu sein. Was in diesen Tagen in der tschechoslowakischen Hauptstadt vor sich geht, ist absolut vergleichbar mit den Ereignissen des Oktober 1956 in Budapest. Nach der Abberufung Novotnis und der Wahl Dubčeks im Jänner dieses Jahres schreitet die Erneuerung unaufhaltsam voran. Von vielen Tschechen seit 20 Jahren erwartet, findet die Revolution nicht hinter verschlossenen Türen statt. Ein neuer Wind weht überall in Prag. Das demonstriert am anschaulichsten die Tatsache, dass wir für unsere Fernsehbefragung ohne Bebilligungen unbehindert überall arbeiten konnten. Wie sehen Sie die politischen Türen? Hier in der Tschechoslowakei in den letzten Wochen gibt es so viele neue Sachen, wir sehen es so. Es gibt hier Leute, die sind konservativ. Die wollen, dass alle bleiben so wie es war. Aber es gibt hier auch Leute in der kommunistischen Partei. Ich meine, die wollen etwas progressiv in der Ökonomie, in der Kultur, in der Schule und überall. Es gibt also zwei Ströme. Ah ja, es gibt hier zwei Ströme. Und jetzt handelt es sich darüber, dass alle Leute können sagen, das was sie sagen wollen und das was sie sehen als das Beste. Und das ist etwas Demokratisches, was hier früher nicht war. Hätten Sie sich vor vier Monaten, vor sechs Monaten auch mit mir auf der Straße hingestellt und hätten meine Fragen beantwortet? Oder hätten Sie Angst gehabt? Ja, es hängt von jedem Menschen an. Hätten Sie persönlich Angst gehabt vor sechs Monaten? Ja, ich glaube, ich hätte. Jetzt habe ich nicht mehr. Keine Angst. Was glauben Sie war der Hauptgrund, dass man also hier Veränderungen vorgenommen hat, nach so vielen Jahren? Ja, das ist schon in den Leuten. Da kam die neue Generation von 20 Jahren. Da sind Leute, die nicht belastet waren durch den Krieg zum Beispiel. Die haben schon die neue Schulen. Hoffen Sie jetzt mehr Freiheiten zu haben als vorher? Ja, klar. Hatten Sie zu wenig Freiheiten? Kann man nicht sagen, wenig Freiheiten. Es war ein anderer Stil der Methoden, nicht? Und der entspricht nicht unseren Wünschen und Bedürfnissen. So. Wie informieren Sie sich über die Geschehnisse? Ja, es sind Möglichkeiten. Die Zeitungen schreiben hier sehr viel über die Ereignisse. Mehr als früher? Mehr als früher, selbstverständlich. Und auch in den Schulen wird davon gesprochen, in den Ämtern, nicht? Es ist Tagesgespräch. Ja, Tagesgespräch. Die Leute sprechen über diese Ereignisse und sind sehr zufrieden, dass es losgeht in dem Sinne nicht. Die innerpolitische Entwicklung in der Tschechoslowakei hat ein reges Echo auch in der Bevölkerung gefunden. Das haben wir bereits festgestellt. Man informiert sich, hört Radio, liest die Zeitungen. Wir befinden uns hier in der größten Zeitung dieses Landes, in der Rue de Bravo. Sie hat über eine Million Auflage täglich. Herr Redakteur, ist die Auflage gestiegen in letzter Zeit? Ja, es ist gestiegen und ungefähr um 20.000 bis 30.000 täglich. Ja, ist es so, dass die Zeitung ausverkauft ist immer? Selbstverständlich, ja. Das heißt, Sie könnten noch viel mehr verkaufen, aber das… Ja, aber es gibt leider wenig Papier. Ja. Steht in den Zeitungen jetzt mehr drin als früher? Ja, sogar mehr als einige herausgeben wollen. Ein Beispiel. Bei uns erscheint eine Abendzeitung Wecerni Braha und vor ein paar Tagen, die ist herausgegeben von dem Stadtkomitee der Partei und vor ein paar Tagen haben die Redakteure von dieser Zeitung eine Erklärung abgedruckt in dieser Wecerni Braha, die sich gegen dieses Stadtkomitee richtet. Das war früher undenkbar? Ja, das war früher nicht der Fall. Nun, die Entwicklung hier in der Tschechoslowakei kam für Sie persönlich unerwartet? Na, eigentlich unerwartet in dem Sinne, dass das so rasch geht. Das ist in diesem Sinne unerwartet, aber sonst nicht. Nehmen wir gleich Ihr heutiges Blatt. Was steht über die politische Entwicklung, die innerpolitische Entwicklung drinnen? Ja, zum Beispiel haben wir auf der ersten Seite einen Artikel vom Olsricht-Scherning, das ist Mitglied des Beutbüros und war mehrmals genannt in der westlichen Presse als ein angeblicher neuer Premierminister, was nicht der Fall ist. Der schreibt unter den Titel auf die revolutionäre und demokratische Traditionen der Partei und des Volkes anknüpfen. Dann zum Beispiel hier eine sehr interessante Erklärung der Hauptverwaltung der Polizei, die die Tatsache kritisiert, dass der Innenminister nicht rechtzeitig die Mitglieder der Polizei informiert hat über das Januarplenum. Und dasselbe sogar eine Resolution von den Kommunisten auf der Hauptverwaltung der Staatssicherheit. Polizei. Polizei. Das ist also heftige Kritik an Ministern. Wäre das früher möglich gewesen? Nein, man kann nicht sagen heftige Kritik, man kann besser sagen, dass die Kommunisten sich beklagen, dass sie nicht genug informiert wurden. Wäre das früher möglich gewesen, dass so etwas in dem offiziellen Organ erscheint? Nein, nein, das war früher nicht üblich. Deutet das darauf hin, dass es noch immer Machtkämpfe in den obersten Gremien gibt? Ich würde nicht sagen Machtkämpfe, weil es handelt sich um Diskussionen und keine Machtkämpfe. Aber selbstverständlich gibt es Leute auch in der Führung, die andere Ansichten haben als wieder die anderen. Also das ist glaube ich normal und leider war das früher nicht normal. Also das ist sozusagen die Gruppe um Novotny und die Gruppe um Dubček. So sagt das die westliche Presse und es stimmt ein bisschen so. Innenpolitisch gesehen hat sich in der Tschechoslowakei in den letzten Wochen sehr viel getan. Wie beurteilen Sie das? Das kann man sagen, dass es zum Besser geht, dass die Sachen, die waren durch diese 20 Jahre, dass es für die Nation, für den Staat, für die Leute nicht gut war. Was war das Schlechteste? Was war das Schlechteste? Das war, wie kann man es sagen? Hatten Sie zu wenig Freiheiten? Das ist nicht nur die Frage der Freiheit, das ist vielleicht auch die Frage der Sicherheit des Menschen. War die nicht da? Die war nicht ganz da. Die Sicherheit und die Demokratie. Ich glaube, dass die Situation jetzt in der Tschechoslowakei ist mehr besser als früher, weil die Leute können sagen, was sie wollen. Konnten Sie das früher nicht? Früher glaube ich nicht. Was sind Sie vom Beruf? Ich war früher Advokat. Wieso sagten Sie, ich war Advokat? Ich war Advokat bis 1950. Und was war dann? 1950 war ich verhaftet als politisch Verdächtig und ich war verurteilt nach 10 Jahren. Bis jetzt war es hier, wie man sagt, unter der Waage. Unter der Waage? Unter der Waage. Und Sie hoffen, dass es jetzt besser wird? Ja, wenn es so, wie es jetzt überall gesprochen wird, dann bitte. Dann glaube ich, dass es besser wird. Was wollen Sie besser haben? Erstens, Lohn. Mehr Lohn? Mehr Lohn. Hauszinse, niedriger, ist zu hoch. Was verdienen Sie? Neue habe ich, 2000 habe ich mit Kinderbeihilfe. 2000. 2000. 2000, klar. Das sind so 1700, reiner Lohn, ohne Kindergeld. Aha. Und was geben Sie aus so? No, was ich ausgebe, alles. Ja. Bleibt nicht zurück? Alles. Nein. Von Auszahlung bis Vorschuss, von Vorschuss bis Auszahlung. Aha. Der begehrteste Artikel in Prag ist zur Zeit diese Zeitung. Man stellt sich stundenlang an, um sie zu bekommen, und bekommt sie meistens nicht. Wie heißt sie eigentlich auf Tschechisch? Literarine Liste. Literarine Liste. Diese Zeitung ist ausverkauft. Sie wird in einer Auflage von 200.000 erscheint sie wöchentlich. Der Schriftstellerverband gibt sie heraus. Darf ich Sie bitten, uns zu sagen, Herr Ptacznik, wo ist eigentlich die Ursache, der Grund dieser, nennen wir es nicht Revolution, sondern dieser Veränderung in der Tschechoslowakei zu suchen? Also, ich glaube, in der Unzufriedenheit der Menschen mit der Lage in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Gesellschaft und so weiter. Welcher Menschen? Der einfachen oder auch der hohen Politiker? Ja, ja, ja. Wenn ich das sagen kann, also ich glaube, des ganzen Volkes. Ja. Nun hat der Schriftstellerverband da eine maßgebliche Rolle dabei mitgespielt. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass die Maske wende Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Ich glaube, die Hauptrolle spielt die Partei heute. Die Partei, die so aussieht wie heute. Nämlich. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Das Zwischenspiel zwischen Novotny und Dubček, ist das schon beendet? Ich glaube, nein. Das ist der Beginn bloß. Also, wir sind heutzutage überrascht, dass es zu so einer Entwicklung gekommen ist, ja. Wieso sind Sie überrascht? Na, das kommt daraus, dass also in der früheren Zeit, also sozusagen vor zwei, drei Jahren, nicht die Möglichkeit war, so offen zu sprechen wie heutzutage, ja. Also, die Austauschmeinungen und diese Fragen, die also jetzt vorkommen, die waren vor drei oder vier Jahren oder vor zwei Jahren nicht möglich. Das heißt, vor zwei Jahren hätten Sie sich auch mit mir nicht hierher gestellt. Ja, ganz bestimmt nicht, ja. Worauf glauben Sie, ist es zurückzuführen, dass man jetzt diesen neuen Kurs geht? Kam das von unten herauf? Haben die Leute von unten herauf gesagt, wir wollen mehr Freiheit? Nein, ich denke, es ist von oben gekommen, ja. Und deswegen heutz? Nein, deswegen, nein, deswegen ist wahrscheinlich für die Leute ein größerer Mut gekommen, sich einen also offen zu dieser Sache zu stellen, wissen Sie. Herr Gesanter, wie beurteilen Sie jetzt aufgrund Ihrer Informationen die Situation in der Tschechoslowakei? Ich glaube, dass es auch von den Informationen, die hier in Österreich durch die Presse, durch das Radio, aber vor allem durch das Fernsehen an die Tschechoslowakei geht.